hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play world of warships wir sind zu dritt der liebe ultra killer ist wieder dabei und hier in der iowa haben wir auch den sir abinadil nenn dich um abio vor jetzt weißt du auch warum er immer die south dragon so komisch nennt auch deswegen gucken wir in a und b schon was drin unsere eddie tut hier vorne schon nebeln sicher sicher er hat sich vor schreck in die hose gemacht und die falsche taste gedrückt aber muss ich mir nachher wirklich noch mal angucken von der musashi das sei ja nach wesentlich weniger anti air geschützen aus noch die hat auch weniger geschichtlich gesehen oder nur im spiel und beides es war zwar das genaue schwestern schrift nur die amato ist ja modifiziert worden die musashi sollte folgen ist aber nicht bevor sie ist also gesunken ist ich werde doch nicht alle unsichtbar mensch solchen so treffen und 35 das wird nicht schon schwer genug wäre und da ist ja eine des neuen noch der dreht weg getroffen dritte feuer sofort das ist einfach nicht brennen lassen spielverderber soll ich jetzt echt mal auf die idee schießen oder hat also lass mich erstmal nachladen jetzt wird er unsichtbar feuer nummer vier haben kurve ist sofort vor vier feuer so gott sei dank warst du weg ich habe dich nicht fluchen gehört aber nicht richtig nur gesagt vierte feuer sofort gelöscht wie mein geschütz rausgenommen was interessiert den nur nicht jetzt glaube ich wieder am laufen secondary arbeitet und ich hatte doch vorhin gesagt ich wollte nicht so weit nach vorne kommt torpedos tiefen top ist nicht gut bremsel Ehem brems 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 abbremser abbremse da kommt noch welche die freise ich aber ein habe ich kann man wird ärgert kann der erste spiel aufgegangen die tiefen tops so endlich mal die jan kommt ja ich habe auf die amato nur abbrecher und abpraller gemacht ja wie gesagt das kommt noch dazu zu meinem nichts können aber es ärgert die als das hat aber gefresst secondary kann es aufhören die ist tot was ist los hätte jetzt alle einmal gerammt es ist hier nur noch der dreckste idee drin aber ich habe doch ein flugzeug was haben wir super secondary ich muss ihn aber dafür sehen du hast auch immer eine ausrede das muss man weil der mit seinem tiefen tops er macht mich doch jetzt alle von links macht er mich alle super hauptton hat er mir beschädigt da vorne könnte bis am nebeln mein katapultjäger ist kaputt ich habe kein reichweiten auf die jami sehr gut wenigstens gut triffst was ich habe angezündet ich habe mal ein turbo rein und drehen mal ein bisschen schneller auf ich mache maschinen ist aktiviert und die minotaur fährt von hinten rein dann muss jetzt gleich sichtbar werden der dd ja martus secondary arbeitet und weg ist ja martin und mit einem französischen intern da hinten fährt sein was schießt denn dann von geradeaus auf mich die das neue ja feueralarm da fangen wir mit na jetzt hättest du auch gern geflucht jetzt mal lieber einen anständigen treffer ich stümpel hier mit 15.000 rum und bin halb weg ich brenne zweimal niedert löchig 1203 nach schafft die gemein ist gemacht ich mache hier keinen schaden egal wie ich schieße ich treffe zwar mache aber keinen schaden ich brenne mal wieder feueralarm links tut doch mal jemand anders weh hier ich treffe mich ja doch etwas 2000 müssten wir langsam aber wird schneller gewinnen so jetzt zeigt ein bisschen breit seite mal gucken was jetzt passiert 27 zitadelle jetzt pass mal auf ich habe schon 30.000 jetzt der nimmt mich noch komplett raus ich krieg dir nicht fritte ne ja das war's jetzt brenne ich zweimal ich kann nichts mehr machen ich konnte nicht bei mir schießen schade naja alle drei caps wenigstens gewinnen wir mal naja sagt doch dann ist so laut achtschuldigung gebt euch mühe ja recht mich da war auch eine zitadelle dabei was ist denn los ey ja ja ich bin schön mitgeflogen ich hab sie sehen drüber nachdenken einfach freuen und weiter und weg auf nächster opfer ähm der hat mir gerade 30.000 reingedrückt du hörst du 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 solltest ihm auch nicht so viel angriffsfläche bieten los unser sieg zu sich anmach ihn kaputt naja schon wieder die die yu yang äh co first brennt er brennt er nicht er brennt er brennt nicht brennt er sich grad nicht das war die yu yang unsere akizuki hat ihn rausgenommen das hat gelöscht also wenn er jetzt gleich brennt dann brennt er na wo ist er denn da ist er da schließt er jetzt auf die zählen ne von unten kommen sie jetzt auch da auch da kommt noch ein tiefen top so co first brennt jetzt brennt er erstmal so da hinten sind noch ein paar tiefen tops unterwegs außerhalb der map bei j6 oder sowas kaputtes spiel 2000er treffer mache ich auf den los ich brauche noch feuer hier vor Hm? Was hast du? Vier Volltreffer, 3... Hm. Habum. Ja. Ja. Jetzt hat der Kurfürst nur noch knapp 5.000. Unser Team hat die Führung übernommen. 15.000 gedrückt. Los! Dreh nicht! Ramin! Der wird nicht gerammt, der wird weggefahren. Oh. Ja. Oh, ich brenne, ich hab Wasser ein. Und ich bin geplatzt. Noch eine Yu-Yang? Hatten die zwei? Na, ist immer noch die gleiche. Nee, dann hatten wir vorhin nur eine Z23 rausgenommen. Ah. Wart mal für 140.000. Pfff. Was heißt das? So peinlich, ich kann noch nicht mal sagen, nimm die 100.000 da weg. Selbst dann komme ich noch nicht dran. Ich bin noch hier mit 30.000 verreckt. Uhhh, schon wieder Torps. Du bist so ein richtiger Torp-Magnet, ne? Ja, aber ehrlich, ey, heute ist es Wahnsinn. Ja, und den Wassereinbruch kann ich nicht mehr retten. Ja, und den Wassereinbruch kann ich nicht mehr retten. Ne. Das geht jetzt leider Gottes so schnell. Du hast die von der Mino waren? Das haben die 10 Kilometer. Dann dürfte ich nicht hingehauen haben. Guck mal, wenn der Iowa jetzt eine schöne Zitadelle verpasst. Ne, die Schima ist noch da. Ne, den Gefallen hat er uns nicht getan. Ja, das nutzt die Mino jetzt natürlich aus. Gefecht endet in 5 Minuten. Noch 2 Punkte. Oh. Oh. Was war das denn jetzt? Geiles Schlussbild jetzt. Ein riesen Feuerball. Aber gewonnen. Ist egal jetzt. So, Sieg ist Sieg. Zu Ehren unserem neuen Divisionsmitglied. Die strahlen wir aus. Scheiß, was drauf. Oh, wieso denn? Gewonnen und ich bin Zweiter. Oh, ich habe Plus gemacht. Ah, ne, dann können wir sie doch nicht ausstrahlen, wenn du so weit oben bist. Boah. Das ist immer so. Ich bin gar nicht so kacke. Ach ja. So, ja, ansonsten, ich war echt scheiße. Ist egal. War aber heute ein lustiger Abend. Und mit diesem Bildchen hier, mit dem riesen Feuerball, gehen wir heute raus. Schön, dass er da war. Bleibt uns treu. Drückt die Däumchen. Kommt wieder. Bis dann. Tschüss. auf der Säge, Kommt wieder. Rock ist ein kaki.